Servus, liebe Freunde der gepflegten Rothan-Unterhaltung, ich bin Raibu und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Eigentlich wollte ich dieses Video nicht machen, aber ich habe mich jetzt doch dazu entschlossen, es zu machen. Es geht um den Paket-Sale, der zum Geburtstag-Sale Teil 2 ist. Ihr erinnert euch, bis jetzt heute Mittag hatten wir den In-Game-Sale mit reduzierten Golden Eagles-Fahrzeugen, mit reduzierten Silver Lions-Preisen zum Kaufen von entsprechenden Fahrzeugen, dann auch noch mit reduzierter Premium-Spielzeit, etc., etc., reduzierte Talismane, etc., etc., etc. Und jetzt heute, 6. November 2023, seit 13 Uhr, geht nun der Paket-Sale im Shop von Gaijin auf der Homepage von War Thunder halt eben los, beziehungsweise ging los, läuft jetzt. Bei den Konsolen sieht das alles wieder ein bisschen anders aus, also wundert euch da bitte nicht. Natürlich, die Shops von Sony und von Microsoft, die sind da komplett anders aufgebaut. Das hat mit diesen Paketen hier nichts zu tun. Hier ist Gaijin natürlich in der entsprechenden Gestaltung deutlich freier, weil es ihre eigene Shop-Seite ist und sie halt eben nicht auf die Konditionen von Sony und von Microsoft angewiesen sind. Deswegen kann ich hier zu dem Thema Paket-Sales auf den Konsolen leider nichts sagen. Grundsätzlich muss ich sagen, ich hätte mit etwas anderem gerechnet, was diesen Paket-Sale angeht. Wir haben mal wieder zur Abwechslung einzelne Pakete im 50%-Sale, sprich also die einzelnen Fahrzeugpakete sind um die Hälfte reduziert. Und ihr seht hier auch schon einen Teil. Und was halt eben auffällt schon mal, der Großteil davon bezieht sich aufs höhere Mid- beziehungsweise aufs High-Tier, beziehungsweise lowere High-Tier, sagen wir es mal so. Und ja, ist glaube ich für viele nicht das, was sie erwartet hätten. Also solche Fahrzeuge wie zum Beispiel Tiger 2H SLA-16, also der Simmering Tiger mit dem Dieselmotor, fehlt hier zum Beispiel im Angebot. Hier fehlt auch der T-29, also eigentlich so richtig beliebte Fahrzeuge fehlen hier. Es fehlen auch so Fahrzeuge wie der T-72 Turms oder auch der Leopard 2 A4, die Premium-Variante, also der Panzerbataillon 123 Leopard. Da komme ich aber gleich nochmal drauf zu sprechen, weil ich mir glaube ich schon denken kann, warum das Ganze jetzt hier so ist, beziehungsweise warum Gaijin hier nur ganz bestimmte Pakete reduziert hat, vor allen Dingen auch bei den Fliegern. Grundsätzlich muss man sagen, die Pakete, die hier im Angebot sind, und ich kann hier nur für die Panzerpakete sprechen, weil ich die tatsächlich alle habe, und ich kann für die Su-25K und auch den KA-50 sprechen, aber für die Flieger sonst nicht. Die Pakete, die ihr hier alle seht, die Panzerpakete, die sind alle gut. Diese Fahrzeuge kann man sich alle wirklich bedenkenlos in die Garage stellen. Das geht, ja. Diese Fahrzeuge haben alle gute Leistungen. Man muss damit halt eben sich halt trotzdem natürlich beschäftigen und darf nicht meinen, nur dass man sich jetzt diesen Panzer in die Garage gestellt hat, macht er für einen die ganze Arbeit. Trotzdem muss ich sagen, das Angebot ist doch sehr mau und trotzdem auch hier wieder meine Bitte an euch, beziehungsweise mein Tipp an euch, wenn ihr, egal über welches Fahrzeug ihr nachdenkt, euch einen davon kaufen wollt, kauft euch bitte nicht in den Bereich ein, in dem ihr noch nicht seid. Ja, also bitte nicht in den High-Tier einkaufen, beziehungsweise in den loweren High-Tier oder in den höheren Mid-Tier sozusagen, weil das bringt euch tatsächlich wirklich nichts. Das bringt nur Frust, wenn ihr kein weiteres Fahrzeug oder noch keine weiteren Fahrzeuge auf dem jeweiligen Rang habt oder wenigstens in der näheren BR-Range, ja. Und bei der näheren BR-Range rede ich von maximal 0,7 BR-Punkten da drunter, ja. Eigentlich empfehle ich immer, Fahrzeuge mitzunehmen, die nur maximal 0,3 BR-Punkte unter dem jeweiligen Fahrzeug, unter dem jeweiligen Hauptfahrzeug, was ihr dann da fahren wollt, habt. Also hier auch nochmal die Bitte, kauft euch da nicht ein, spart euch dann das Geld lieber, sonst wird es einfach nur frustrierend für euch, beziehungsweise wartet auf den Weihnachts-Sale. Die Pakete hier, wie gesagt, die sind zwar 50% reduziert und die Fahrzeuge hier kann man sich auch schon alle eigentlich so ganz gut in die Garage stellen. Tatsächlich ist ein Inhalt dabei, wo ich auch für mich sage, der wäre für mich auch nochmal interessant gewesen. Ähm, und da rede ich tatsächlich von einem Schiff, weil irgendwie reizt mich persönlich die Dämoin. Ähm, das ist so ein Schiff, da würde ich tatsächlich auch Naval Forces dann mitspielen. Aber ich bin momentan noch zu dieser Zeit jetzt von dem Sale so überrascht, und zwar nicht positiv, ähm, dass ich jetzt doch noch ein bisschen warte und schaue, ob ich mir die Dämoin überhaupt hole. Übrigens, die Dämoin, eines von den Paketen, ähm, auch mit dem M728 CEV. Und ich glaube, die Isle ist dann auch nicht mehr drin, müsst ihr in den News nochmal nachgucken. Es sind, ähm, ein paar Pakete dabei, die dann nicht mehr im Shop verfügbar sein werden. Sprich, also, diese Pakete werden dann aus dem Shop entfernt. Die gibt es dann danach nicht mehr. Vielleicht packt Gaijin sie dann irgendwann zu einer entsprechenden, ähm, Gelegenheit dann nochmal neu wieder rein. Aber, ähm, das weiß man jetzt nie so genau. Auf jeden Fall sind das so Pakete, die da nicht mehr drin sind, ja. Also, die Isle, die Duguay-Truin, also die hier auch, die geht raus. M728 geht raus. Die Dämoin geht raus. Und, ähm, der Roywalk geht auch raus. Also, das sind Pakete, die aus den Shops rausgehen. Ähm, wenn ihr mich jetzt fragt, warum gehen die aus dem Shop raus? Ich glaube, ich weiß es nicht genau, aber ich glaube, dass, ähm, sich diese Pakete einfach nicht gut genug verkaufen. Und Gaijin deswegen sagt, okay, dann nehmen wir sie raus und bringen sie nur noch zu ganz, ähm, speziellen Gelegenheiten raus. Aber, wie gesagt, ich werde da selber auch nochmal überlegen, weil im Moment sag ich mir dann auch, also, die Dämoin für 32,50, ähm, weiß ich nicht, ob ich das dann dann doch noch mit dann, ähm, in die Hand nehme. Ähm, wobei man halt schon sagen muss, wenn es sie dann in Zukunft nicht mehr gibt, hm, muss ich halt eben einfach gucken. Aber zum aktuellen Zeitpunkt, ähm, ist der Sale für mich so überraschend schlecht, äh, bei den Paketen, dass ich sage, äh, nee, will ich jetzt eigentlich nicht. Ich warte vielleicht noch ein bisschen und überlege mir das nochmal. Wenn wir jetzt nochmal drüber nachdenken, ähm, warum, wieso, weshalb sind diese Pakete jetzt hier so drin? Wir müssen ja auch im Hinterkopf behalten, dass wir ja quasi, ähm, im Dezember, also so kurz vor Weihnachten, das sind dann jetzt dann auch nur noch 5 Wochen, 5,5 Wochen, schon wieder den nächsten Sale haben, nämlich den New Year's Eve Sale, muss man halt eben auch da tatsächlich dazu sagen, dass ich glaube, dass Gaijin sich hier ein bisschen was noch dafür aufhebt. Äh, das soll jetzt keine Rechtfertigung für Gaijin sein, sondern das sind einfach nur meine Gedanken dazu. Ähm, es ist ja die große Spekulation, beziehungsweise jeder erwartet ja, dass wir zu Weihnachten, gerade bei den Bodenfahrzeugen, auch Rang 8 bekommen. Und wir haben ja schon einige Rang 7 Premium Panzer im Spiel drin, wie hier zum Beispiel den CV 90-105, der ja auf Rang 7 hochgegangen ist. Und ich würde jetzt mal behaupten, Gaijin packt, ähm, zu Weihnachten, beziehungsweise zum Update, zum nächsten großen Update, das ist ja das Weihnachtsupdate, ähm, noch ein paar Premium Panzer auf Rang 7 ins Spiel mit rein. Und ich gehe mal davon aus, dass dann in diesem Zuge die jetzigen, äh, Rang 7 Premium Panzer, die nicht reduziert sind, da dann reduziert werden. Und, ähm, die neuen, äh, Premium Panzer, sofern denn da welche kommen auf Rang 7, ähm, halt dann auch in den Shop reingehen. Die sind dann natürlich nicht reduziert, ne, das wisst ihr selber. Aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass es einfach nur daran liegt, dass, ähm, Gaijin hier Rang 8 wahrscheinlich Ende des Jahres im nächsten Update halt eben einführt. Und, ähm, so ein bisschen das dann verschiebt, dass halt eben die Premium Panzer, die jetzt nicht im Angebot sind, ähm, auf Rang 7 dann noch ins Angebot halt eben entsprechend, ähm, mit, äh, reinkommen. Müssen wir alles mal gucken, müssen wir alles abwarten. Vielleicht sind dann auch wieder die Pakete wie T29 und, ähm, Tiger 2H, SLA 16 auch wieder mit im Angebot. Ähm, ich denke, viele würden sich das wünschen und ich glaube aber auch, dass viele jetzt hier an der Stelle echt abgeschreckt sind, weil nicht die Sachen dabei sind, die sie sich erhofft hatten, dass sie dabei sind. Ich bin mal gespannt, was, ähm, ihr dazu sagt. Haut's mal gerne unten in die Kommentare rein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und wenn ihr noch nicht abonniert habt, dann drückt auch gerne den Abo-Button durch. Ich freue mich nach wie vor bei jedem neuen Zuschauer, der den Weg zu meinem Kanal findet. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut. Euer Raibun.